Ah, das Rezeptbuch. Gut. Ein bisschen Cointe. Die Westen haben ein Spezialeitwerk gewonnen. Also, ich bin der Ball eigentlich mehr für Flammentorte. Wir bemengen Zucker und Eier in einer Schüssel. Fangen an, Prinzessin. Zucker und Eier. Okay, Zucker und Eier. Okay, Sahne, Butter, Zucker und Eier will er, ne? Oh, ich hätte Wasser neben dem Kugel. Zucker und Eier will er, Zucker und Eier. Das sieht mir wie Zucker aus. Das ist kein Zucker. Na, was soll's. Und Eier will er, ne? Aber Wasser dafür. Ich will keine Eier. Um den Geschmack abzurunden, nehmen wir noch ein bisschen Eier. Und dann hauen wir noch ein bisschen mehr hinein. Am besten kommen die Atbeeren jetzt schon rein, damit man so spät, dass ich oben drauf machen muss. So, okay, jetzt kann ich weiter machen. Yep. Nun, äh, vermischeln, schlage die Zutaten in einer Schüssel. Okay. Ah, das ist so anstrengend. Das war so anstrengend, Leute. Ah, ich kann nicht mehr. Mehr noch Butter? Okay, mehr noch Butter. Aber das fehlt noch was. Wir können nie genug Erdbeeren haben. Erdfertig. So, den Teil an der Form verschinden. Okay. Ähm, der Reiniger und das Versuch sind dafür da, damit es in der Küche wiegt. Ich koche nur eine Flammentorte, wie gesagt. Ein Florm B. Geht das nur mies, oder ist das Ticken von dem Backofen nur auf dem rechten, nur? Was weiß ich. Okay, während wir das tun... Noch. 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 Waren das jetzt 30 Sekunden? Nee, auch noch ein bisschen. Also ich finde, der ist gut oder nein? Kann man das Spiel jetzt eigentlich stundenlang so weiterlaufen lassen? Hey, na generell einfach mal rein der Interesse halber. Kann man das jetzt eigentlich stundenlang laufen, dass ein bisschen der Strom durchsteht oder sowas? Noch eine Minute, das ist 30 Sekunden, ja. Hm. Also wie stoppe ich das Ganze? Jetzt zurück mal Y dann. Oder X. Ups. Oder W. Z. Start. Was muss ich nochmal drücken, damit es ausgeht? Es geht nicht, dann kommt der Grund von selbst raus. Okay. Äh, muss ich jetzt irgendwie A drücken oder sowas? Ach, A war das. Okay. Ich muss ja A drücken. Ich konnte Pause drücken? Echt? Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir sind hier noch mit Erdbeeren. Ach so, warte, der Coverkop ist ja noch da. Passt ja auch, ne? Äh, warte, also. Kann man Spülmittel da raufschmeißen? Cool, kann man tatsächlich. Warum wird das wie Spülmittel angezeigt? Warte mal zurücklegen. Ich finde da fehlen Eier. Hey! Sehr gut. Schön die Erdbeeren verstecken, damit man überrascht wird. Wenn man ihn isst, dann steckt man die Gabel so rein, isst den Kuchen dann. Und dann während man den Kuchen isst, wird man so, oh, da war ja der Erdbeere. Oh, wie genial. Das ist der Trick dahinter, ja? Das ist der Trick dahinter, ja? Der Trick dahinter. Schnell. Schnell, Peach.